Mit einem Einbruch in eine Tankstelle haben es jetzt Polizeioberkommissar Frederik Richter und Polizeioberkommissarin Sarah Freitag zu tun. Der Besitzer meldet drei unbekannte Jugendliche, die einen Kanister Benzin gestohlen haben. Auf dem Weg zum Einsatzort werden die Streifenbeamten plötzlich auf ein brennendes Auto aufmerksam. Jetzt aber schnell. Haben wir zwei Feuerlöscher? Ja. Sehr Dank. Hoffentlich ist niemand mehr im Auto. Scheiße, Mann. Kann ich angehen. Ich kann auch nicht sehen, ob da jemand drin ist. Ich versuche die Tür hier mal aufzukriegen. Wir haben zunächst einen Auftrag erhalten, dass drei Jugendliche ein Benzinkanister von der Tankstelle entwendet hätten mit Inhalt. Wir waren mal auf dem Weg dorthin, haben dann auf einem Parkplatz Rauchentwicklung festgestellt. Natürlich sofort den Weg dorthin eingeschlagen, haben ein brennendes Fahrzeug festgestellt und mussten zunächst löschen. Egon von 1423. Ja, Schatz. Also, im Auto ist es keine Person mehr gewesen. RTW kannst du abstellen. Wir haben noch ein Kennzeichen, das könntest du schon mal notieren für die Halterabfrage. Duisburg, Kaufmann Paula, 305. Ich höre hinten, Personen, vielleicht haben die was gesehen. Gucken wir mal, ob da Zeugen vielleicht sind. Ach, da hinten. Die haben bestimmt was mitgekriegt. Ja. Hallo, was ist denn da los? Stehenbleiben, Polizei! Ich gehe links! Bleib stehen, Mädel! Was ist hier los, Mann? Lassen Sie mich los, ich habe doch nichts gemacht! Als ich sie dann gestellt hatte, machte sie einen total patzigen Eindruck auf mich. Sie fühlte sich irgendwie von uns sofort angegangen. Dabei waren wir eigentlich nur zu diesen Personen gegangen, um eine Zeugenbefragung durchzuführen. Und wenn dann jemand wegrennt, dann macht er sich erst mal verdächtig. Wir kommen hier hin, da brennt ein Fahrzeug. Okay. Wir wollen euch einfach nur befragen, ob ihr irgendwas gesehen habt. Nein. Dann rennt ihr beide weg. Weißt du davon was? Ja, weil wir keinen Bock haben, mit der Polizei so zu reden. Hör jetzt mal auf, so respektlos mit uns umzugehen. Was soll das denn? Ja? Wir haben keinen Bock. Wir wollen auch nicht reden. Wir haben nichts gemacht, dann müssen wir uns das nicht verantworten. Da ist gerade ein Fahrzeug abgefackelt worden. Ja, aber das sollen wir auch nicht. Es geht hier nicht darum, was ihr toll findet und was nicht. Du riechst doch nach Benzin hier. Ich weiß es nicht. Ich will nie los, ich meine. Sarah, ich will noch Benzin. Ich weiß doch, dass ihr das nicht so eine Scheiße macht. Zoll bedienende? An unserem Hauptaggressor stellte ich Benzingeruch fest. Und als ich dann an seinen Händen roch, bemerkte ich auch, dass an den Händen Rußpartikel vorhanden waren. Also er riecht nach Benzin. Ihr macht hier irgendeine Scheiße. Ja, und du machst seine Brüche. Also er ist für mich definitiv... Ich bin nachgestolpert. Warum denn da? Ja, das tatverdächtig. Ich würde ihn ganz gerne jetzt... Guck mal, ich habe das von der Tankstelle, die Fotos. Ja, ja. Als Polizeioberkommissar Frederik Richter in unmittelbarer Nähe schließlich ein weiteres Beweismittel findet, ist klar, die Jugendlichen sind auch für den Benzindiebstahl verantwortlich. Von der Schwester des Täters erfahren die Beamten, dass er sich in seine Klassenkameradin verguckt hat und seitdem versucht, ihr zu imponieren. Dadurch gerät er immer mehr auf die schiefe Bahn. Was ist passiert? Kannst du da mal was zu erzählen? Gehen wir mal zum Auto, gucken wir uns das mal an. Gut, wir gehen da mal alle hin. Kommen wir alle mit. Die Leitstelle schickt weitere Kollegen zur Verstärkung an den Tatort. Bei der Untersuchung des Autos fallen den Polizisten frische Spuren auf. Sie vermuten, dass die drei Jugendlichen Unfallflucht begangen haben. Ja, halte das Fahrzeug. Dieter Käfken. Dieter Käfken. Jetzt hat gestohlen gemeldet, der Wagen. Ah, okay, wird ja immer besser hier. Was gehört? Also Wagen ist gestohlen gemeldet. Dieter Käfken, kennen Sie den? Woher denn? Du kennst ihn doch auch. Ich kenne ihn nicht, nein. Natürlich kennt ihr den. Wer ist das? Der wohnt bei uns in der Straße. Ja, das ist der Drachen. Haben wir was gemacht? Sagt dir der Name was? Ja, genau. Ja, das ist der. Ich bin mir ziemlich sicher. Das heißt doch nichts, dass wir damit was zu tun haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist mit dem Auto passiert? Da ist auch eine Beule drin. Gröscher Unfallschaden. Was sagst du da dazu? Ja, wir haben uns das Spaß erlaubt. Und habt ihm den Wagen weggenommen, ja? Habt ihr den Wagen geklaut? Ja. Aber es ist nicht auch mein Wagen nicht gewachsen. Wer ist denn gefahren? Nico ist gefahren. Nico. Der, ich sag, ist hier. Es ist grundsätzlich bei Jugendlichen schwierig, da sie dementsprechend in der schwierigen Phase sind, wo sie auch trotzig reagieren, gerade gegenüber Autoritäten, insbesondere die Polizei. Mussten wir eben entsprechend Druck ausüben. Meistens gelingt es dann, dass zumindest einer die Einsicht am Ende noch gewinnt und uns die entsprechenden Informationen mitgibt, so auch in dem Fall. Meine Fresse, okay. Wir sind zum Tankstelle gelaufen. Haben den Benzinkanister gestorben. Genau, haben wir gesehen, ja. Und haben von diesem komischen Dieter, der uns ständig nervt, Dieter Käfte, dann haben wir das Auto geklaut, ich bin gefahren, sind hingefahren, haben das scheiß Auto verbrannt. Was war mit dem Unfall? Ja, wir kamen von da hinten. Ja, dann haben wir, denke ich mal, ein Reh oder sowas überfahren. Ja, ja. Beim Reh sehen, da sind keine Tierhage dran. Wo ist das Reh jetzt? Wo ist das Reh? Die Beamten finden heraus, dass die drei einen unschuldigen Radfahrer angefahren und schwer verletzt liegen gelassen haben. Mit der Brandstiftung wollten sie die Unfallspuren am Tatfahrzeug vertuschen. Wisst ihr eigentlich, was ihr euch und anderen Menschen mit solch einer Aktion antut? So ein Blödsinn, ja. Das war eine Mittlereraktion. Mittlereraktion, ja, weil wir jetzt doch trotzdem sagen, nee, das geht's doch nicht. Die haben mich, ja, ich hab mich nie mehr davon... Merkst du was? Ja, aber da liegt ein Mensch am Boden, der hätte jetzt tot sein können. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber das wollen wir nicht. Darum geht's doch nicht. Das ist passiert und dann muss man handeln wie ein Mensch. Also was ich an der ganzen Sache überhaupt nicht verstehen kann, also wenn ich schon Scheiße baue und ein Mensch verletze, den auch noch liegen lassen, also wenn sowas passiert, dann sollte man ihn auf keinen Fall so liegen lassen. Man kann sofort die 110 oder 112 wählen. Aber bitte lasst Unfallopfer nicht einfach irgendwo liegen. Und du als Fahrer hast nicht erkannt, dass das ein Mensch ist, aber alle anderen im Auto? Ja, der hat gesagt, Fahrer weiter. Die Täter werden wegen Diebstahls in zwei Fällen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unterlassener Hilfeleistung und Sachbeschädigung angezeigt. Der Fahrer des Unfallwagens muss sich zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.